Lass mal Drake machen, das wär ne Idee. Nö, lass mal pushen. Das wär ne Idee. Aber Drake ist... Kommt endlich mal, kommt endlich mal hier. Oh blöd. Ah, nicht so gut. Blitzcrank und so. Schade. Ich weiß nicht, ob der in Blue da ist. Nein, alles auf Mitte. Er ist nicht da, ich komme. Wenn wir das jetzt gewinnen, dann wird die richtig schlecht. Ja, gib mal. Die hatten noch einen Titten mal weg. Die waren zu fünf, wo ist das Problem? Wir sind zu viert. Und keiner von uns hat sonderlich. Die haben gesagt, lass mal weggehen da. Wir sind doch gleich wieder alle da. Ist doch alles gut, Mensch. Ich hol mir Botfahren. Oh Gott, das sind meine Ghosts. Geh mal Botlane einer. Hab ich doch schon gesagt, dass ich das mache. Sören, mach das. Das hab ich doch vorhin schon gesagt. Das hab ich doch vorhin schon gesagt. Sören, das ist mein Farm, ne? Hab ich schon angesagt. Ja, ich will nur ein bisschen... Ein bisschen zugucken. Der ist schnell weg und dann... Es geht schnell weg und dann... Die kommen doch jetzt alle. Geht weg, choppen und dann Mitte. Machen Sie. Machen Sie auch. Ich brauche noch was. Ich komme nicht mein Farm, Mensch. Ja, jetzt. Kommt alle Menschen, die dürfen den Tau auch nicht kriegen, sonst hau ich denen aufs Maul. Okay. Pass auf da, pass auf da, pass auf da. BANANA! 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 Ich brauche nicht. Lass mir mal meinen Farm jetzt da, ey. Auf jeder Lane ist dein Farm oder was? Ja. Ja. Every Farm is my farm. My farm. Ich habe auch am meisten Farm von uns. Ne. Doch. Nur Olaf hat mehr als ich. Eigentlich hab ich auch mehr als ich. Ja, du hast auch mehr als ich. Das ist jetzt auch gerade. Vielleicht bist du denn, ey. Beim Stehen, du Hafe. Guck dir nicht. Mach' ne Banane drauf, jawoll. Ich mach' so viel Ding. Ja, dann nicht, aber nicht daran, was ich so wagen habe. Das liegt daran, dass er Melfalt ist. Richtig, er ist Melfalt. Was? Wie schnell ist der wieder in der Mitte? Echte. Da wollen wir abfangen. Genau. Nice. Komm, wir fangen jetzt den Olaf ab. Passt auf. Wir gehen jetzt den Olaf ab. Falls ihr das hört, dann passt auf. Bitte. Oh, der Baron ist ja gemacht. Der Baron? Dann gehen wir jetzt in die Mitte. Oder wir warten hier. Wir machen eine Trap. It's a trap. It's a trap. Komm. Ja, genau. Ihr seid so muschies. Guck mal, was der Alex für eine Muschi ist. Der Alex wäre der erste, sobald er irgendwas rotes gesehen hätte, wäre der gelaufen. Tolle Trap. Wir wollen wieder Trap machen, wenn ihr nicht da seid. Natürlich nicht. Wir reingejumpt mit Flash und hätte Ulti gemacht. Natürlich. Instant Flash. Ja. Wo man auch Flash zum Escape nutzen kann. Und er weiß schon, er wird auf jeden Fall mit Flash reingehen. Und positioniert Flos ab. Ja, weil wir den Kampflocker gewinnen. Warum muss ich denn er escapen? Ui. Ich helfe mir. Du Böse. Brauchst du auch nicht. Alles ist gut. Alles ist gut, solange du wild bist. Jetzt wirst du gehofft. Hört auch nicht. Ich habe mal Flash zum Escape. Ja klar. Tower seifelt mich doch einfach, ihr blöden Säcke. So viel zum Flash. Erstmal alle fünf. Zack. Klärchen. Jetzt spielen sie endlich mal so, wie sie spielen sollten. Weil, das hätten sie schon die ganze Zeit machen können. Wo ist denn unser AD Carry eigentlich? Wo ist denn unser AD Carry eigentlich? Wo kämpft ihr? Hallo Mitchell. Willst du eine Mana? Ja. Danke. Ist schon nett. Oh guck mal Mitchell, die wollen euch töten. Nein. Nein. Das ist aber süß von denen. Wollen die gar nicht. Guck. Die wollen nur spielen. Mach mal Banana. Banana Code? Die machen jetzt Barron, pass auf. Und dann verlieren sie das Game. Ich bin voll langsam. Hol dir mal bessere Schuhe ey. Nein, da braucht der Taxi-Tune. Ich muss Batsch. Ich brauche mein Blutbürster. Ich muss. Hast du noch nicht? Nein. Was ist denn los? Ich muss. Ich muss. Wohin muss. Ich muss. Wenn ich gewinne, spielen wir nie wieder mit uns. Ich muss Bananen schmeißen. Ich muss Bananen schmeißen. Ich muss Bananen schmeißen. Ich muss Bananen schmeißen. Die machen echt Bären anstatt sie durchwaschen. Warum? Weil sie dumm sind. Weil sie dumm sind. Das Spiel schon so lange geht. Da ist schon ein Witz an sich. Ich werde mich nachraschen. Ich muss Red haben. Und ich muss Farmen. Sie haben Bären. Wie soll ich dir weg? Aber es interessiert mich nicht. Warum bist du weg? Ich brauche Red. Gib mir immer Red. Geht aber weh. Wiss ich. Dann lass mir weg sein Creep. Den dann. Dann lass es dir nicht. Den hast du mir genommen. Ich hab dir den aber nicht gelassen. Damit das klar ist. Das war sowas von Unfreiwillig. Das ist mein Lass. Ne. Da oben. Olaf. Mach den Olaf kalt. Mach den Olaf kalt. Mach den Olaf kalt. Mach den Olaf kalt. Das hat er gehört. Deswegen rennt er jetzt weg. Scheiß Ghoster. Sinds auch. Guck mal hier so ein Busch ist keiner. Schade. Das ist böse so ein Busch. Ja. Wofür brauche ich mich noch für den Scheiß BT. Geh weg. Zurück. Zurück. Ich hasse dem sein Rolls. So extrem ne. Hui bin ich schnell. Was ist denn hier los? Boah ich fliege. Machst du Chorillas oder was? Ich hab Chorillas ne. Träumst du wieder ne? Machst du wieder auf Traumerei? Oh ja. Wo ist denn die anderen wahrscheinlich auch hier? Ahhhh. Unser Deckary ist nie bei uns. Und jetzt stirbt er da unten. Gegen Mel Pied. Oder er macht ihn fertig. Das ist die andere Möglichkeit. Guck mal da hin. So ist mir gehört bestellt. Oh ich wollte mich noch mal besser hier hingucken. Das sind Tau. Wir sind zu dritt. Wir sind noch zu dritt. Wir sind auch noch zu dritt. Komm jetzt. Los. Ran mit dir. Er hat dich der Bremer. Geht doch. Oh shit. Holy camoley. Holy moley. Hast du noch einen erwischt? Nein. Oh guck mal wie ich dem zugesetzt hab. Wie ich dem zugesetzt habe. Wie ich dem zugesetzt habe. Oh ne Korki. Oh ne Korki. Ja. Also mein alter Bild ist voll Korki. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Oh der Gegner hat einen Turm zerstört. Ja. Komm wenn ich es nicht auffallen. Was machst du da Sören? Ich wollte nur ein bisschen anlassen und sie trifft uns hier. Ist schon gemein von denen ne? Boah. Boah die Aari. Wenn ich die jetzt ohne Ulti krieg ne? Dann lache ich. Wie ein Aal. Ich krieg die aber nicht mehr. Melva du ist wieder voll. Das sind wir auch cool. Ja ich mach mal. Weil Alex so schlecht der ist. Was soll ich ihn machen Allo? Hallo? Der ist... Halt ja noch ein bisschen hin. Ich halte ihn ja noch hin. Ah jetzt so nicht. Oh verdammt. Und... Ah zu früh. Oh unten. Unten unten unten. Und wenn es wir uns um den Olaf gekümmert haben, haben wir ihn nicht zu flasht. Ja. Und wenn ich rechtzeitig hier bin. Ich schaff das. Nein da kommt ein Mailfight. Hilfe. 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 Oh du wir sterben. Ich krieg... Dafür fehlt unser Tower dann ne. Oh nein. Flescht der Weg. Aber Indy steht noch. Alles ist gut. Pass auf. Da kommt euch vor gegen gegen. Blut, blöde, sieh, ruf! Geh ruf! Die sind falsch? Unser Indies, unser Indies, ich mach den oben Ich echt mach Mütte? Mach Geister Ja mach, ich weiß nicht, wenn das Geister Bin ich am effektivsten grade Oh man Das ist echt traurig, was die hier abliefern, oder? Ghosten sind einer mehr, haben vernünftigen AD Carry und schaffen es nicht Ja eben, sie können easy ghosten, also Das ist echt peinlich, was ihr macht Echt Ich mein, das Game dauert jetzt schon In meiner Mutter war von 20 Minuten im Zimmer und hat gefragt, wieso ich noch nach bin Fuck off, Olaf Könnt ihr mal das ridden, Gegner? Wieso bist du eigentlich noch wach? Weil ich zocke Warum zockst du mit wen? Ich weiß nicht, mit wem ich kenne die Leute nächstens zu können Ich werde mich Wie viel riesig ich hab, wenn ich Wenn ich Rüstung, wenn ich nicht heil Guck mal wie viel riesig ich so schön hab Ich hab gehört, den krieg ich Oh mein Red ist ab Oh mein Red ist ab Ich hab gehört, okay Oh, was ist da los? Olaf hat kein Guardian mehr Ich krieg Ich krieg Blue nicht alleine Oh scheiße, Malford und Dings Ich komme Oh mein Red ist krank Du bist tot, Mitchell Mach dir da zu dritt Gegen drei Tanks Ich bin Juni Komm Tschüss, Mitchell So, jetzt müssen wir nur noch so lange durchhalten, bis Mitchell wieder da ist, sonst haben wir verloren 65 Sekunden Das schaffen wir Dankeschön Kein Problem, Sören Dankeschön Mach mal den Oh, No, 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 No! Macht mal Drake Oh, MACH ME DEN DU Anna! Das auch jetzt Wie wärs mit Fotis? Guck mal, wie der Miguel auf dem Symbol rufläuft Ari kaputt an Niemand hat hatte Fotis Ich hab alle Gestunde, mit zu mehr ich habe gesagt ich muss auf die aria aber niemand ist sonst auf die aria die aria war full live als ich das gesagt habe gerade ich bin ja nur rumgedörbt so und jetzt mitchell wie lange noch dann kommt es wieder wenn der fokus unklar ist wenn der fokus unklar ist dann noch wie auch nur rum wieso beenden die denn nicht die wollen echt noch verlieren oder die gehen jetzt baron machen beste entscheidung EU wenn die jetzt noch verlieren ich lache die so aus ich möchte bitte auch dass alle abonnenten die dieses video sehen die dann auslachen wenn sie verlieren wenn sie gewinnen lad ich es nicht hoch deswegen guck mal jetzt meinen zweiten Phantom Dance ich habe gerade schon Schuhe verkauft nice ich weiß nicht was ich mir noch kaufen soll komm wir trappen die jetzt einfach wir machen die jetzt einfach mit baron fertig äh äh sag mir mal wer weiß was ich mir noch kaufen soll wir machen jetzt einen Ace und dann müssen wir deffen und dann machen wir doch einen Ace und dann gewinnen wir wieso ist ein Wannarek du bist voll strong Wannareks Wannamude alle Ace oder soll ich mir kaufen du willst ihn hol dir mal BT man oder so nö ich will kein Damage machen ich bin Tank ich glaub jetzt kann sich ja auch so ok alle Mitte alle Mitte alle Mitte Leute gehts rot ich komm nicht mehr rechtzeitig zurück wieder ja gut doch ich weiß aber nicht was ich mir kaufen soll das ist dringend wie der sich wieder hoch halt ne du bleibst was hat er Ulti angemacht oh die Sau ich stehe von der BX rum und überlege was ich mir kaufe ich kaufe mir jetzt einen 400 haben wir schon eins im Team haben wir schon eins im Team oh was ist das angessen wird was sind drei super Creeps wir verlieren jetzt an den Creeps ne das ist euch klar ihr wisst es nicht Creeps die gucken nur zu wie wir an den Creeps verrecken da wir werden das nicht weil sie Pussis sind weil sie sind schlimm weil sie so schlecht sind die hätten das schon lange mehr die hätten das schon lange mehr gefunden boah you don't say miss is obvious wir haben grad mal nen Lootdürst auch ganz voll gut oh fuck wie glaub ich wohl sich oh fuck wie glaub ich wohl sich ah wie ich die Beschützer und der wenn du sie in ihre Creeps auch nicht gut ja stimmt ja das stimmt des Mohr er ist halt endlich ha ha er ist halt endlich ho ja die sind die Fernregel woann ist doch gerade n Haagl tschüss Verloren. Tschüss. Tschüss.